Unter der Bezeichnung öffentlicher Dienst auch, Staatsdienst, versteht man das Tätigkeitsfeld der Beamten und weiteren aufgrund öffentlichen Rechts beschäftigten Personen und Tarifbeschäftigten. Das Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst tätiger Personen wird als Dienstverhältnis bezeichnet. Deutschland, umgangssprachlich wird für den öffentlichen Dienst auch noch der Begriff Staatsdienst verwendet, der vor 1920 ausschließlich galt. Die Anzahl der Beschäftigten der öffentlichen Arbeitgeber umfasst die Bereiche Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung einschließlich Bundesagentur für Arbeit für den öffentlichen Gesamthaushalt mit Kern- und Extrahaushalt, sowie für alle sonstigen öffentlichen Einrichtungen. Die im öffentlichen Dienst beschäftigten Personen sind Angestellte, Beamte, Richter oder Soldaten. Die gesetzlichen Merkmale des Beamtenbegriffs ergeben sich aus Art. 33 Abs. 4 Grundgesetz 2 bis 10 Beamtenrechtsrahmengesetz 2 Abs. 1 und 6 Bundesbeamtengesetz sowie aus den Beamtengesetzen der Länder. Die Merkmale für Richter ergeben sich aus den Art. 92, 97 und 98 GG 1 bis 45 A Deutsches Richtergesetz und den Richtergesetzen der Länder. Der Begriff Soldat ist nach 1 Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes definiert. Arbeitgeber sind die Kommunen, die Landkreise, die Bundesländer, der Bund oder andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, Anstalten des öffentlichen Rechts oder Stiftungen des öffentlichen Rechts. Wer im öffentlichen Dienst Dienstkräfte ernennt oder einstellt, ist eine Einstellungsbehörde. Zum öffentlichen Dienst gehören beispielsweise neben der Tätigkeit in der Verwaltung meist die Arbeit in Schulen, Hochschulen, Wasserversorgungsbetrieben und staatlichen Krankenhäusern. Die Müllabfuhr- und Verkehrsbetriebe sind oft privatisiert. Zum öffentlichen Dienst im weiteren Sinne gehört auch die Sozialversicherung sowie die Tätigkeit in öffentlich-rechtlichen Sparkassen und der Bundesbank. Im deutschen öffentlichen Dienst ist Frauenförderung gesetzlich vorgeschrieben. Gender Mainstreaming ist über europäische Verpflichtungen verbindlich und Diversity Management gilt als eine mögliche Erweiterung der Gleichstellungsstrategien. Die Stellenbesetzung im öffentlichen Dienst unterliegt dem Prinzip der besten Auslese GEM Art. 33 Abs. 2 des Grundgesetzes. Angesichts der Beschäftigung von Mitarbeitern von Unternehmern und einzelnen Forschungseinrichtungen als externe Mitarbeiter in deutschen Bundesministerien und bekannt gewordenen Fällen von Ämterpatronage sind Zweifel hinsichtlich der Beachtung dieses verfassungsrechtlichen Gebots aufgekommen. Beamte werden ernannt und in ein Amt berufen. Arbeitnehmer werden hingegen aufgrund eines Arbeitsvertrages beschäftigt. Bis 2005 galten für den öffentlichen Dienst einheitliche Tarifverträge. Der bekannteste war der Bundesangestellten-Tarifvertrag. Seit 1. Oktober 2005 besteht diese Tarifeinheit nicht weiter. Nunmehr ist für Beschäftigte beim Bund und den Kommunen der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wirksam. Nach über 14 wöchigen Streiks im öffentlichen Dienst der Länder haben sich die Gewerkschaften fährt die und die BB Tarifunion und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder am 19. Mai 2006 in Potsdam auf einen neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder geeinigt. Dieser sieht bei einer einheitlichen Entgelttabelle jedoch unterschiedliche Arbeitszeiten von 38,70 bis 40,1 Wochenstunden in den Ländern West vor. In Hessen gilt seit dem 1. Januar 2010 der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen und in Berlin der Angleichungstarifvertrag vom 14. Oktober 2010 die beide in weiten Teilen dem TVL entsprechen. Nicht direkt öffentlicher Dienst sind die Kirchen. Diese haben zwar auch den Status öffentlich-rechtlicher Körperschaften, jedoch gelten hier aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten Autonomie der Kirchen bisweilen andere Rechtsen um. Das öffentliche Dienstrecht bezeichnet die Rechtsmaterie, welche die juristischen Rahmenbedingungen für die Bediensteten und deren Beziehung zum öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber regelt. Es ist daher als Entsprechung zum Arbeitsrecht bei sonstigen Arbeitsverhältnissen anzusehen. Dabei haben sich wegen der besonderen rechtlichen Ausgestaltungen das Soldatenrecht und das Beamtenrecht sowie das deutsche Richtergesetz und die Richtergesetzen der Länder herausgebildet. Verwaltungshandeln ist verwaltungsrechtlich überprüfbar z.B. im Laufe eines Dienstaufsichtsverfahrens oder im Rahmen eines Verwaltungsgerichtsverfahrens. Das Handeln von Bediensteten kann zudem disziplinar rechtlich geahndet werden. Die Weiterentwicklung des innerstaatlichen öffentlichen Dienstrechts wurde auch durch das europäische öffentliche Dienstrecht beeinflusst. Angefangen von den Dienstverhältnissen der hohen Beamten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl bis hin zu dem Dienstrecht der Beamte der EU hat es in Richtung einer Angleichung des innerstaatlichen Dienstrechts in Europa ausgestrahlt. Dies betrifft auch bestimmte durch die Rechtsprechung fortentwickelte Rechtsgrundsätze. Zu nennen ist hierbei insbesondere der Grundsatz der Gleichbehandlung, das Diskriminierungsverbot, die Fürsorgepflicht der Anstellungsbehörde, die verwaltungsrechtliche Selbstbindung, der Vertrauensschutz und der Grundsatz von Treu und Glauben. Auf Rechtsverfahren bezogen kommen das Anhörungsrecht und die Begründungspflicht hinzu. Des weiteren strahlen Grundgedanken des innerstaatlichen Dienstrechts auch auf anderen Rechtsverhältnisse des öffentlichen Dienstes aus. Österreich Personen, die sich im Staatsdienst befinden, werden in zwei Gruppen eingeteilt. Beamtinnen, Beamte, Beschäftigungsverhältnis aufgrund eines Hoheitsaktes nach eigenem Beamtenrecht, Vertragsbedienstete und selbstständig Beschäftigte mit Arbeitsvertrag. In der Arbeitsmarktstatistik werden öffentlich Bedienstete zusammen mit den Angestellten in eine Gruppe gerechnet, da sie anders als Arbeiter ihren Arbeitsentgelt nicht stundenweise oder vergleichbar berechnet bekommen. Sozialrechtlich haben sie eine eigene Sozialversicherung, die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter. In Österreich gibt es etwa 540.000 öffentlich Bedienstete, rund 200.000 Beamte und 340.000 Vertragsbedienste. Das ist der gesamte öffentliche Personalstand. Zu diesen gehören auch beispielsweise die in privatwirtschaftliche Organisationen ausgelagerten öffentlichen Angelegenheiten, die öffentlich-rechtlichen Sozialversicherungsträger und die Kammern, die jeweils international zum öffentlichen Dienst gerechnet werden. Dieser Sektor hat einen Anteil von etwas über einem Zehntel an der Gesamtbeschäftigung und ist stark abnehmend. Der OECD-Durchschnitt und auch der in Europa beträgt gut 15 Prozent, womit Österreich inzwischen einen vergleichsweise schlanken Staat in Bezug auf das Personal hat. Das heißt, von 15 Österreichern jedes Alter ist heute einer mit der Wahrnehmung von deren öffentlichen Angelegenheiten beschäftigt. Der Anteil an den Arbeitnehmern beträgt 15 Prozent. Damit sind die öffentlich Bediensteten eine der kleineren Gruppen der verschiedenen Beschäftigungsformen. Von den öffentlich Bediensteten sind etwa 130.000 Bedienstete des Bundes etwa ein Drittel des öffentlichen Personalstands. Davon sind etwas mehr verbeamtet als vertraglich beschäftigt. Der Beamtenanteil im Bund betrug 2013 in vollbeschäftigten Äquivalente gerechnet 57,8 Prozent der Grund dieser Rechnung ist, dass einige Berufsgruppen wie im Exekutivdienst, dem militärischen Dienst oder bei Richtern und Staatsanwälten keine direkte Vergleichsbasis zum öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis besteht. Dieser Anteil ist durch den Pragmatisierungsstopp von 1997 und November 2003 sukzessive abnehmend. Bei gleichzeitig auch abnehmender Gesamtanzahl Bundesbediensteter. Finanziell gehören die öffentlich Bediensteten zu den Besserverdienern. Das Bruttojahreseinkommen beträgt etwa 30.670 Euro bei den Vertragsbediensten und 50.730 Euro bei den Beamten. Die Frauenquote beträgt ein und 40 Prozent. Tendenziell ist die hörbezahlte Beamtenschaft also Frauen unterbesetzt, womit sich auch hier eine Gendereinkommenschere darstellt. 50.000 Öffentlich Bedienstete verdienen über 70.000 Euro, davon 12.500 über 100.000 Euro. Arten der Erwerbstätigkeit in Österreich Nachstellung im Beruf und Selbstständige, Arbeiter, Angestellte und Öffentlich Bedienstete, Selbstständige und Mithelfende, Selbstständige.